Willkommen, liebe Zuschauer. Einen letzten DAX-Check haben wir in dieser Woche noch für Sie, den heutigen und natürlich an meiner Seite, Thomas Bergmann. Gestern ist der DAX gegen Mittag mal unter die 12.500-Punkte-Marke gefallen, hat sich aber schnell dann wieder von ihr absetzen können. Und auch heute notieren wir mal wieder ein Plus. Also das ist ein gutes Zeichen. Er ist recht robust. Ja, doch. Gestern hat es schon mal etwas dramatischer ausgesehen. Man war es nicht mehr gewohnt, dass die Märkte so stark fallen können. Und wie gesagt, du hattest es angesprochen, unter 12.500. Wir hatten noch ein Gap zu schließen bei 12.532. Wie gesagt, anschließend hat er wieder gedreht. Und das ist insgesamt, was auch die charttechnische Formation, hier sieht man das nicht, aber im Candlestick würde man sehen, einen Hammer ausgebildet hat. Und das ist eigentlich ganz gut, dieses Zeichen. Aber ich sage mal, um jetzt wieder bedingungslos in den Markt reinzugehen, brauchen wir schon noch ein Kaufsignal. Okay. Donald Trump, die ganze Geschichte ist ja noch nicht geklärt. Das heißt, da ist noch ein bisschen Unsicherheit. Deswegen wird der Markt vielleicht jetzt auch nicht direkt auf ein neues Allzeithoch springen, nehme ich an. Ja, genau. Also wir haben sicherlich Trump als übergeordnetes Thema. Was kommt jetzt mit Amtsenthebung oder nicht? Anleger haben natürlich Zweifel, dass er sein groß angelegtes Steuererleichterungsprogramm hier ausrollen kann. Ja, auch aus der Automobilbranche gibt es ja nicht ganz so gute Nachrichten. Er hat ja gehofft, ganz viele neue Jobs zu schaffen. Ins und dazu braucht er ja die Automobilindustrie. Jetzt gibt es erste Pläne, dass Ford Stellen streichen will, General Motors auch. Also läuft nicht ganz so rund für ihn. Und ja, das hat es sich jetzt in Amerika in den Kursen wieder gespiegelt. Wie gesagt, gestern schönen Turnaround geschafft, die Börse. Und von daher sieht es alles, man sieht es ja hier sehr schön, nicht dramatisch aus. Ich habe auch schon einem neuen Aktionär nachgelesen. Bezüglich des Produkts empfiehlst du jetzt das Allzeithoch bei 12,841 abzuwarten, bevor man vielleicht wieder einsteigt? Ja, also das ist die eine Marke. 12,660 haben wir im kurzfristigen, also im Mehr-Tages-Chart, eine Widerstandslinie. Ich würde sagen, bei 12,670 oder bei 12,700 kann man mal die erste Position long gehen. Und dann beim Ausbruch auf ein neues hoch kann man nachlegen. Von daher, das ist so der erste Plan. Okay, dann war es das für diese Woche. Danke dir, dass du an meiner Seite warst. Ja, gerne. Danke auch Ihnen. In der nächsten Woche sehen wir uns aber wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin, schönes Wochenende.